Musik Hier wurde ein Paket für dich abgegeben. Was? Ein Paket für dich! Die Drohne der Firma Scythe ist insofern etwas Besonderes, da sie aufgrund eines neuen Materials besonders klein und schnell ist, dennoch aber genug Kraft hat, um verschiedene Spezialkameras oder Messinstrumente aufzunehmen. Bisher wird der Prototyp für verschiedene Forschungen genutzt. Konzernchef East Leisure erklärte, man könne bald mehr produzieren, die dann für zivile Zwecke genutzt werden sollen. Für militärische Zwecke sei die Drohne nicht geeignet. Musik 26 Sekunden auf. Was willst du denn mit einem Sprengsatz? Keine Ahnung, irgendetwas in die Luft sprengen. Musik Musik Jonze Musik Untertitelung des ZDF, 2020